Wie ist euch? Ich bin Eik von Mikidion und heute möchte ich diesen Modul zeigen. Es ist ein 2144 Laupass Filter Modul. Es hat Jack Beleuchtung. Hier kannst du schauen. Es ist jetzt lila Farbe, aber ich glaube, kannst du ihn wieder auch schauen. Und es gibt noch Beschriftung, Beleuchtung und beides kannst du aus- und einschalten. Erst kannst du hier schauen. Es gibt zwei Schalter. Einer für Beschriftung und einer für die Jack-Hintergrundbeleuchtung. Dann, der Modul ist hier. Schauen wir, was haben wir. Wir haben einen Frequency Potentiometer und einen Resonanz Potentiometer. Zwei Input. Zwei Audio Input. Und zwei Frequency CV Input. CV Input. Einen Resonanz CV Input und einen Output. Na dann. Output, Output Modul. So. Jetzt erst mal. Wir hören mit ein paar Algorithmen mit Plates. Also. Einige Ausgänge geht die In-1. Und die andere ist die In-2. Okay. So. Good choice to play. So. Good choice to play. Ich sehe dich. Jetzt bin ich. Jetzt bin ich. Hier ist ein Frequency. Ich bin ein Sprecher. Ich bin ein Alkaraac. Ich bin ein Alkaraac. Und ein Alkaraac. Okay, jetzt von meinem Envelope, ich gebe eine Dreiecke LFO. So, ein bisschen langsamer. Okay? Und von meinem anderen Modular-Kiss, ich habe gehört noch einen CW, in der CW-1. So, ein bisschen langsamer. 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 Okay, das verstehen wir, wow, wow, okay, jetzt hören wir mit einem Analog-WCO ein, zum Beispiel hier ist einen, schauen wir einen Analog-Square jetzt ein bisschen, das ist eine Anastasia, wir gehen mal wieder Triangle 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 Es ist ja noise. Okay, ein bisschen Sinus dazu, noch ein bisschen Saug. Ja, ein bisschen Saug. Ja, ein bisschen Saug können wir hören. Okay. So, für heute ist es beendet. Danke, dass hast du die Video geschaut. Wenn du etwas fragen kannst du mir schreiben auf einen Kommentar. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Danke, tschüss.